Es wird immer Männer geben, die dir was beibringen wollen. Das macht sie kein bisschen klüger. Dann lässt du sie einfach reden und anschließend tust du einfach das, was du willst. Irgendwann bist du Mutterseelen allein. Dann musst du wissen, wie du auf dich selbst aufpasst. Erzähl doch mal den Lesern von Life, wie das so ist. Ich meine als Mädchen. Unter all den Männern. Es stört mich nicht. Schach ist nicht immer Konkurrenz. Schach kann auch etwas... Schönes sein. Du bist ein Waisenkind, Beth. Ich bin gerne allein. Ich fühle mich sicher in einer Welt aus 64 Quadraten. Kreativität und Geisteskrankheit gehen oft Hand in Hand. Oder in diesem Fall... Genie und Wahnsinn. Es gibt niemanden auf der Welt, der so begabt ist wie du. Es gibt einen Spieler, der mehr Angst macht. Wer? Der Russe. Er ist ein Weltmeister. Ich soll nach Russland fahren. Und was ich will, ist ein Drink. Ich sorge mich um dich. Was ist? Und weswegen? Vielleicht liegt's mir im Blut. Meine Mutter wurde verrückt. Wurde verrückt oder war verrückt? Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Du bist die Beste der Welt. Es ist ein Geschenk. Aber es hat auch seinen Preis. Schwer zu sagen, was das sein wird. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das. Ich weiß nicht. Was ist. Das ist ein Geschenk. Ein violend. Ich weiß noch nicht. ich hoffe debeixí think. Ich weiß nicht, ob ich nicht. Ich weiß nicht. cũng nicht. Aber ich weiß nicht. Viele war ja. ES Jerusalem ist darüber melanch, Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.